Hiho und willkommen zurück meine lieben Strategiespieler und Wikinger Freunde zu Cultures, der Rache des Regengottes. Ja, ich habe euch jetzt mal schnell das Hauptmenü erspart und bin gleich ins Kampagnenmenü zurück. Wir haben nämlich jetzt als nächstes die Mission, die Festung des Regengottes. Yeah, teilweise ziemlich lange im Namen. Also, und vor allem, Arizona ist eigentlich die einzige Ausnahme in dieser Kampagne. Alle anderen haben keine Gebietsnamen. Also in der letzten, in der Hauptkampagne waren es ja so Sachen wie Markland, Voltland, Winnland, Mississippi und so. So, und hier sind es halt Namen wie der Auftrag, der Aufbruch, die Fährte, die Höhle der Offenbarung ist einer der Dankennamen. Und jetzt haben wir die Festung des Regengottes. Die Wikinger erreichen die Stadt des Regengottes. Dann gucken wir mal. Wir fanden uns alle zusammen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Viele Stimmen wurden laut, die zurück in die Heimat wollten. Dieser Kampf wäre der Kampf der Rothäute, denen wir schließlich schon mehr geholfen hätten, als selbst die Götter erwarten könnten. Unsere Ehrenschuld sei somit bereits mehr als getilgt. Voller Schrecken erinnerten sie an die Schlachten mit dem mächtigen Volk aus dem Süden, gegen die wir erst vor zwei Sommern mit so viel Heldenmut, aber auch ebenso viel Glück gefochten hatten. Und dieser neue Gegner hier war noch ungleich schrecklicher. Nach drei Tagen der Rast und der Beratungen beschlossen wir schließlich, uns zu trennen. Ich selbst und einige wenige der mutigsten Männer und Frauen wollten dem Geheimnis des Regengottes auf den Grund gehen und, wenn möglich, den Gräueltaten und Raubzügen ein Ende bereiten. Die anderen traten noch am selben Tag die Heimreise an. Um nicht vorzeitig entdeckt zu werden, reisten wir von nun an nur noch im Schutz der Dunkelheit. Tagsüber versteckten wir uns dagegen in den Wäldern, sodass wir nur langsam vorankamen. Es dauerte viele Nächte, bis endlich die Hauptstadt des Kultes vor uns aus einem dichten Nebel auftauchte. Schon von Weitem sahen wir auf einem hohen Felsplateau ein lichter Meer hunderter Herdfeuer, bei dessen Anblick selbst die tapfersten von uns der Mut verließ. Ja, finde einen Weg, den Kult des Regengottes aufzuhalten. Wir sägen den Regengott, kürzer Kottel. Äh, gut, erstmal... So, jetzt sollte ich wieder annehmbarer klingen. Gut, wie immer. Oh, Sören ist immer noch bei uns. Piani. Ah, äh, die Farmer. Erstmal Pararbeiter. Knut, Kundschafter. Oh, wir haben Turm, weil das Holzfelder doch gut. Ah, ja. Also, erst einmal... Wir waren im Bauernhof bauen. Oh, wir haben einen Stoller Schlosskundschafter. Okay, das heißt, äh... Du, Bauarbeiter. Oh, ja, man sieht's der Map schon an. Sie scheint groß zu sein. Oh, Steine. Und Eisenerz sind hier. Na gut, wir können... Wir können nördlich. Okay, Sven hat schon mal den Büro verfunden, nämlich den Bauarbeiter. So, Piani hat doch gar nichts als... Okay, die nächste Frage ist... Iggy ist erwachsen. Ah, Jägerzelt. Bauen wir mal hier auf. Weil hier gibt's... Hier gibt's die Tiere, so wie's aussieht. Ja, und jetzt müssen wir Leben was finden. Ja, hört. Und ich meine, mehr Leben als das bisschen, was hier ist. Ach ja, wie gern ich jetzt mittlerweile faul wäre... Und den Cheat benutzen würde, um die Map aufzudecken. Okay, hier ist Lehm. Hier wäre sogar Fisch. Ja, damit wir uns fürs Erste besser versorgen können. Und Torval hat nix zu tun. Da ist Holzfelder erst mal hier unten. Hm. 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 Und Ströler ist von euch. Hm. Nicht so toll. So, Jägerzelt ist fertig. Du bist doch kein Bauarbeiter, also wirst du mausseln, Jäger. Und ja, immer wieder haben wir uns zum Beispiel speichern. Falls wir zufällig aus Versehen den Maya-Truppen reinrennen, dass wir nicht gleich von ihnen getötet werden. Also ja, Lehmarbeiter wird hier drüben gebraucht werden. Und dann nehmen wir mal weiter Zelt hier. Können wir auch gleich mal hier die Mühle bauen. Und hier noch Wasser graben. So, Fischerzelt ist fertig. So, mal kurz. Wir haben fünf Bauarbeiter noch. Davon muss einer Fischer werden. Wir haben noch vier. Das heißt, zwei haben wir noch zur freien Verfügung. Das heißt, ich werde hier so zentral ein Zweifamilienhaus hinbauen für Holzfäller und Lehmarbeiter. So, wir haben noch also einen Zweifamilienhaus hinzu. Ja, Abel. Ja? Ja. Ja, er dürfte genug Anbaufläche hier finden, eigentlich, zwischen den grünen Bereichen. Hoffe ich jedenfalls mal. Weil hier ist halt alles von diesem Sand durchzogen, was das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Ja, weil ein Bauarbeiter muss nachher Farmer werden. Ja, Bill. Und ja, vielleicht war es wirklich doof, Farm hier hinzubauen, wo nachher eigentlich die Metallindustrie hin müsste. Eigentlich sollte ich wirklich nochmal neu starten, weil das wird dann ineffizient. Vor allem hier unten ist mehr Grünfläche. Ja, gut. Wir sehen uns dann... Wir fanden uns alle... So, das werde ich nicht rausschneiden. Das sage ich jetzt schon gleich mal. Äh, du isst erst mal gleich was. Weil hier oben muss wirklich dann unsere Stein- und Eisenproduktion hin. Achso, ich wollte erst was essen lassen. So, Knud ist Zivilist mit Bauarbeiter erst einmal. Also ja, hier gibt es viel Grünfläche. Tja, jetzt werden wir unsere Farm hier hinsetzen. Da haben wir hier die Grünfläche zur Auswahl. Können wir Holzfäder-Zelt wieder hier hinsetzen. Können Bjarne gleich zum Farmer machen. Und Torwahl hier arbeiten lassen. Dann haben wir nämlich hier Platz für die Stein- und Eisenproduktion. Und die Stein- und Eisenproduktion.